Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder, die Annette und Anastasia im Pilateshaus Dortmund. Und heute haben wir so weit, wie ich hier mache, mal eine Stunde mit der Pilatesrolle. Wir wollen so einen ganz schönen Tag mit euch machen, in alle Richtungen bewegen, wie wir die Säule. Und ja, schauen wir mal, was uns so in den Sinn kommt. Ja, alles klar. Wie kommt hier auf die Rolle? Das ist die Pilatesrolle. Ihr legt sie so längst auf die Matte und am besten so, dass ihr den Kopf hier, wo den normalerweise der Kopf liegen würde, dass auch dann der Kopf da liegt, wenn die Rolle drunter ist. Ja, dass hier die Füße mit dem Platz haben. Du setzt dich am besten Anastasia vorne an den Anfang und rollst dich dann langsam mit Hilfe der Arme runter. Wunderbar. Du bist ganz cool angezogen heute, ne? Ja? Ja, das ist ja schön, den Bild auf. Okay. Ja, und am Anfang könnt ihr einfach erstmal die Arme fallen lassen. Ja, die Füße ruhig ein bisschen weiter aufstellen, dass ihr euch sicher fühlt. Und Anastasia macht das jetzt schon intuitiv. Sie rollt so ein bisschen nach rechts und nach links. Ja, dass man einfach erstmal schauen kann, wie fühlt sich denn die Muskulatur neben der Wirbelsäule an. Ja, ist sie auf beiden Seiten gleich? Ist sie auf einer Seite vielleicht ein bisschen angeschwannter oder auch ein bisschen dicker? Das kann auch sein. Ja, könnt ihr erstmal so ein bisschen nach rechts und nach links rollen und euch quasi akklimatisieren auf der Rolle. Ja? Ja. Dann bleibst du in der Mittelposition, stellst deine Füße hüftfrei drauf. Ja? Genau. Denk nochmal dran. Hüftfrei bedeutet, dass ein dritter Fuß von euch zwischen die beiden anderen passen würde. Ganz genau. Die Arme bleiben einfach locker runtergefallen und ihr spürt sofort so eine schöne Öffnung in der Brustmuskulatur, in der Brustwirbelsäule. Ja? Das ist recht angenehm. Wenn ihr euch noch ein Kissen unter den Kopf legen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Ja? Bei Anastasia brauchen wir das jetzt nicht. Und du fängst einfach mal an, mit deinem Becken so ein bisschen nach vorne und nach hinten zu schaukeln. Ja? Genau. Du kannst die Atmung ein bisschen auf die Bewegung einstellen, das heißt beim Ausatmen schaukelt das Becken eher nach hinten und beim Einatmen nach vorne. Ja? Ihr könnt so den Wechsel machen zwischen einem Hohlkreuz, einem leichter angehenen Hohlkreuz und dann wollt ihr mit dem unteren Rücken die Rolle berühren. Wie groß ihr die Bewegung macht, ob ihr bis in ein Hohlkreuz geht, das entscheidet ihr. Guckt einfach, was euch gut tut. Ja? Jetzt bleibst du wieder in der Mittelposition, legst die Hände auf deine Beckenknochen. Genau. Und öffnest mal im Wechsel einmal das rechte Bein zur Seite und einmal das linke Bein. Und das Becken bleibt so stabil wie möglich. Ja? Diese Bewegung haben wir auch schon in der Mattenstunde gemacht. Hierbei können die Hände so ein bisschen mithelfen. Ja? Wichtig dabei ist darauf zu achten, dass das Standbein wirklich stehen bleibt. Und das Bewegungs- oder das Spielbein bewegt und zwar nur im Hüftgelenk. Ja? Ja? Und jetzt ist wichtig die Wahrnehmung im Hüftgelenk. Weil dadurch, dass ich die Arme weggenommen habe, kann die Bewegung gar nicht mehr so groß sein wie gerade. Weil die Rolle natürlich für diese Instabilität sorgt. Ja? Wunderbar. Gut. Noch eine Runde. Rechtes Bein öffnet. Linke bleibt stabil. Und ihr müsst jetzt so in die Hüfte hineinfühlen und gucken, wie weit kann ich das Gelenk nach außen drehen, ohne dass ich hinfalle. Dann legst du die Arme wieder zurück auf den Mund. Wunderbar. Mach es von mir aus. Die Beine mögen ihr wechseln. Ein Bein geht in die 90-90 Position. Dann das Bein wieder aufstellen und die Seite wechseln. Ihr könnt mit der Ausatmung das Bein anheben. Wenn ihr das Gefühl habt, oh ich bin im Mund ziemlich instabil. Ihr könnt das Bein aber auch mit der Einatmung anheben. Probiert einfach mal beide Varianten aus. Genau. Und jetzt nimmst du gleich den diagonalen Arm mit nach oben. Genau. Ich klaue jetzt also zwei Extremitäten. Und dadurch müssen die diagonalen Muskelketten, Muskelschäden ein bisschen mehr mit helfen. Ja, wichtig hierbei ist, dass der Kopf immer locker liegen bleibt, dass die Gesichts- und Kiefermuskulatur entspannt ist. Genau. Die Hals- und Nackenmuskulatur. Und wir wollen bei diesen Gleichgewichtsübungen auch immer darauf achten, dass die Rolle ganz ruhig liegt. Ja. Genau. Wunderbar. Noch eine. Reihdiagonale. Gut. Noch eine. Die andere. Wunderbar. Jetzt lässt du die Füße wieder stehen. Kannst sie gerne ein bisschen weiter öffnen. Nimmst beide Arme nach oben zur Decke. Ja. Und jetzt schiebst du mit den Armen nach oben zur raunen Decke, dass die Schulterblätter sich von der Rolle entfernen. Und dann lasst ihr die Schulterblätter langsam runtergleiten. Stell euch vor, dass ich unter eurer Schulterblatt ein bisschen Öl getäufelt habe. Und ihr wollt dieses Öl, was vielleicht Jasminöl ist oder gut riechendes, duftendes Öl, das wollt ihr jetzt unter dem Schulterblatt verteilen. Schön großflächtig. Das heißt, ihr guckt mal, wie weit kommt ihr mit den Armen nach oben zur Decke, ja, wie groß ist die Beweglichkeit im Schulterblatt, wenn das am Rippenkorb entlang bleibt. Das ist immer wichtig, ja, dass diese Bewegung gut ausgeführt werden kann. Ja, letztes Mal. Dann bleiben die Arme in dieser Position und du machst eine Schirrenbewegung. Das heißt, ein Arm geht über Kopf und der andere Arm geht bis runter zum Bunk. Du guckst einfach mal, wie groß du mit der Ausatmung diese Öffnung der Arme machen kannst. Denker deine Rippen. Ja, genau. Mit der Ausatmung die Arme öffnen. Die Rippen wollen immer schließen, ein bisschen sich annähern und runter zum Becken fließen. Und ihr guckt ganz besonders nach dem Arm, der über Kopf geht. Das ist immer wichtig. Ja, wenn der Arm so parallel zum Boden ist oder neben euer Ohr landet, der über Arm, dann ist das ein normaler Bewegungstradius, ja. Im Unterricht sehe ich ganz oft, dass die Teilnehmer den Elbogen beugen, weil sie unbedingt mit der Hand den Boden erreichen wollen, ja. Aber das wäre dann eine Bewegung im Elbogelenk und nicht im Schultergelenk. Und wir wollen hierbei das Schultergelenk bewegen. Ganz genau. Und dabei ist wichtig zu sehen, wenn der Arm weit über Kopf geht, was passiert mit den Rippen. Gehen die mit? Gehen die auf? Dann habe ich die Bewegung weiter in die Brustwirbelsäule geführt, was ich gar nicht möchte. Ich möchte nur das Schultergelenk. Arme bleiben wieder hier. Jetzt gehen beide Arme mit der Ausatmung über Kopf. Und während die Arme in diese Richtung gehen, wollen die Rippen in die andere Richtung gehen. Und du kannst bis ganz nach unten. Du machst also einen Armbogen so groß wie möglich. Die Rippen wollen zum Deckel, die Arme wollen vom Becken weg, ja. Als hättet ihr so den Mobilmenschen haben, sag ich dazu immer. Genau, oder wie so eine Badekuppe. Ja, du bewegt ihr nur im Schultergelenk die Arme über Kopf. Genau. Und ein letztes Mal auf dem Rückweg lässt du die Arme wieder oben an der Raumdecke. Genau. Und beginnst mit Kreisen. Das heißt, du führst die Arme über Kopf, führst sie über die Seite, nach vorne und dann wieder nach oben. Ja, als würde dir Rücken schwimmen im Tonnen her. Und du machst die Kreise so groß wie möglich, wie es dir angenehm ist, aber ohne eine Bewegung in der Brusthilfelsäule. Ja, so wirklich nur das Schultergelenk. Ihr könnt dabei auch die Elben ein bisschen lockerer lassen, ein bisschen neugen. Ja, schaut einfach, dass euch diese Bewegung gut tut. Und dass jetzt der Bereich zwischen den Schulterblättern ein bisschen Massage bekommt. Durch die Bewegung. Ja, auf dem Rückweg parkst du die Arme einfach neben dir. Ganz genau. Sehr schön. Alles gut? Alles gut. Wir machen weiter mit dem Bridging. Das heißt, wenn wir von das Becken schon mal geschaukelt sind. Und jetzt rollst du dich Wirbel für Wirbel aus der Rolle raus. Kannst erstmal nur bis zur Hälfte der Wirbelsäule aufrollen und dich dann nach und nach steigern. Genau. Mit der Ausatmung rollt ihr euch auf und mit der Einatmung darunter. Denkt daran. Wir haben ja dieses Video mit den Bridging-Varianten auch schon gezeigt. Da kommt immer diese Anleitung, dass ihr mit den Knien vom Kopf weg schiebt, damit der Nackenhalsbereich locker und entspannt bleiben kann. Ja, genau. Auf dem Knies schiebt die Beine nach vorne. Ja, und ihr rollt euch maximal auf, bis der Druck zwischen den Schulterblättern angekommen ist. Je größer ihr die Bewegung macht, ja, und je besser ist es, oben dann einmal einzuatmen, um dann mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel wieder abzurollen. Und da die Rolle so eine gewisse Härte hat, also die ist nicht ganz so hart, gibt ein bisschen nach. Und dann könnt ihr die Wirbel auch mal spüren und zählen. Wie viele Wirbel könnt ihr aus der Rolle rausbewegen und deutlich mehr in die Rolle hineingehen. Ja, jetzt bleibst du beim nächsten Mal oben, führst die Arme über Kopf, jawohl, lässt sie dort. Guck mal, ob du sie vielleicht jetzt mit den Händen in den Mund gerüllen kannst, ob du sie fast ablehnen kannst. Und fängst in der Brustwirbelsäule an und rollst dich Wirbel für Wirbel runter. Und erst wenn das Becken unten angekommen ist, holst du die Arme mit der Einatmung wieder zurück und legst sie auf den Mund. Mit der Ausatmung rollst du dich Wirbel für Wirbel hoch, schließt die Knie vom Kopf weg. Mit der Einatmung führst du die Arme über Kopf, so weit wie es geht. Ja, und dann holst du wieder ab mit der Ausatmung fängst du den Brustbein an. Und dann kriegst du den schönen Zug, dadurch, dass die Arme hinten bleiben, wieder in der Brustmuskulatur, im hinteren Schulteranteil. Ja, nochmal, Rippen schließen, gut, Knie nach vorne schieben, einatmen, die Arme hüben nach hinten, so weit hinten lassen wie möglich. Und jetzt mit der Brustwirbelsäule anfangen und dann mit der Händenwirbelsäule, Rippen noch ein bisschen mehr schließen. Ja, letztes Mal eine ganz fantastische Übung, weil sie nicht nur die Brustwirbelsäule schön mobilisiert, sondern auch für eine schöne Öffnung in den Schlüsselbein sorgt, in der Brustmuskulatur. Ihr seht, der Trizeps, der wird gedehnt, der hintere Oberarmmuskel, die hintere Schulterpartie. Und danach bleibst du wieder hier. Wunderbar. Okay? Ja, super. Gut, jetzt nimmst du die Arme nach unten zur Decke. Wir haben ja vorhin schon die Beinbögen gemacht, haben wir die Beinbögen schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Wunderbar. Ja, jetzt klaue ich dir an das Taser die Arme und du legst ein Bein in die 90-90-Position. Genau, stellst das Bein wieder auf und findest erstmal so deinen Gleichgewicht, deine Balance. Und die Rolle, die rollt natürlich so ein bisschen mit auf die Seite. Und man merkt sofort, welches Bein ist Anastasias Zitronenbein und welches ist ihr Schokoladenbein. Ja, ihr seht, wenn sie das linke Bein anhebt, ist sie relativ stabil. Geht auch sicher in die Bewegung. Und wenn sie das rechte Bein anhebt, da muss sie mehr suchen. Ja, das sehe ich hier an der Hüfte, am Ansatz der Oberschenkelmuskulatur, da ist sie instabil. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen verbessern. Genau, wir fangen erstmal mit der westen Seite an. Du bleibst mit dem linken Bein genau hier in der Luft. Ja, und führst den rechten Arm ein bisschen über Kopf und dann wieder zurück. Genau, das machst du in deinem Tempo. Wichtig ist jetzt, dass sie das Gleichgewicht halten kann, dass die Rolle so ruhig wie möglich bleibt. Und immer noch im Wechsel. Ja, wir fangen mit dem rechten Arm an, wenn das linke Bein in der Luft ist. Warum? Und dann Wechsel. Weil sie hier mehr Stabilität haben auf der Seite. Wir fangen also immer auf der Seite an, wo wir das Bein am Boden haben. Genau. Wenn ihr merkt, das klappt relativ gut. Ja, noch einmal links. Dann öffnest du jetzt den rechten Arm zur Seite. Wieder auf der Seite anfangen, wo das Bein am Boden ist. Durch diese Seitwärtsbewegung, seht ihr schon, kommt so eine kleine Rotationskomponente, so eine Drehung. Der Brustkorb möchte eigentlich mitdrehen. Ja, das muss sie jetzt aber ausgleichen mit ihrer Rumpfmuskulatur und mit nur einem Beinbewegung. Ja, das ist sofort eine Herausforderung. Und wenn ihr also das übt und merkt, zur Seite öffnet, da kann ich das Gleichgewicht gar nicht halten. Dann könnt ihr entweder in der Übung bleibenden zuvor gemacht haben, die Arme rücken nach hinten. Oder ihr stellt den Fuß, der am Boden ist, einfach ein bisschen weiter nach außen. Ja, damit es gleich stoppen war. Also je breiter ihr die Füße am Anfang stehen habt letztes Mal, umso leichter ist es. Und du weißt, Anastasia, das ist deine gute Seite. Ja, Arme bleiben oben. Jetzt wechseln wir das Bein. Genau. Also guck erstmal, dass du in dein Gleichgewicht kommst. Und erst wenn ihr das gefunden habt, könnt ihr einen Stift weitergehen. Wenn ihr das noch nicht gefunden habt, dann ist das eure Übung. Ja, Anastasia sucht und findet und fängt mit der Überkopfarbeit an auf der Seite, wo das Bein am Boden bleibt. Genau. Je langsamer ihr das macht, umso mehr Kontrolle wird hier über die Bewegung. Ihr werdet das merken. Die Rolle ist momentan nicht euer Freund. Die möchte, dass es wackelig wird. Das heißt, je schneller ihr die Bewegung macht, umso mehr wird die Rolle reagieren und wackeln. Ja, so nehmt euch Zeit. Entscheidet weise, ob ihr mit der Armebewegung anfangt. Oder ob ihr vielleicht doch erstmal nur das Gleichgewicht haltet. Noch einmal mit dem rechten Arm. Und dann öffnest du den linken zur Seite. Ja, lass die Atmung einfach fließen. Denkt aber daran, den Bauchnabel so ein bisschen nach innen Richtung Rolle oder Richtung Irbelsäule und ein bisschen nach oben unter die Rippen zu ziehen, dass ihr Stabilität habt. Genau. Schön langsam. Das Ziel ist es natürlich, den Arm so weit wie es geht zur Seite zu öffnen, aber ohne den Boden zu luknen. Und ihr seht schon, Anastasia hat wesentlich mehr auf der Seite zu tun mit dem linken Bein. Aber so wird das linke Standbein jetzt wirklich gekräftigt und es werden wieder Muskeln aufgeweckt, die vielleicht momentan noch nicht helfen wollen. Und deswegen mache ich diese Seite mit Anastasia länger. Wenn ihr also zu Hause festgestellt habt, oh bei mir war es die andere Seite vielleicht. Ja, rechtes Standbein, dann macht ihr die Seite ein bisschen länger. Wir machen gleich nochmal den Retest. Letzte Runde. Und man muss sich wirklich auch konzentrieren, weil es so instabil ist. Ihr werdet es sehen, wenn ihr einen Fehler macht, fängt die Rolle an zu wackeln oder ihr fallt runter. Ja, läuft runter. Genau. Dann einmal das Bein aufstellen, die Arme ablegen. Und einmal kurz alles fallen lassen. Ihr könnt dabei auch die Beine einmal kurz ausschrecken, weil die Lüftmuskulatur jetzt gerade wirklich viel arbeiten musste. Könnt ihr hier aber so ein bisschen länger zurückholen. Bereit für den Retest? Hier, hier. Ich fühlst sie wieder aufstellen. Genau. Ruhigt etwas breiter als gut breit, weil die Arme in der Luft sind. Genau. Und jetzt machst du nochmal die Beinbüge im Wechsel. Guckst mal, ob du noch ein neues Gleichgewichtsgefühl hast, ob du dich ein bisschen sicherer fühlst. Und je öfter man das übt und trainiert, umso mehr können wir diese Disbalance, ein bisschen ausgleichen. Man hat immer ein Bein, was stärker ist, ein Bein, was schlechter ist. Das ist ganz normal. Ja, da könnt ihr auch im Alter mal drauf achten, mit welchen Beinen geht ihr denn die erste Stufe einer treffen. Und ihr werdet merken, es ist immer das Gleiche rein. Ja, mit welchem Fuß geht ihr die erste Stufe runter? Es ist immer das Gleiche rein. Ja, wenn ihr euch gemütlich hinstellt, beobachtet euch, wo lehnt ihr euch eher hin, ob das rechte oder ob das links wird immer das Gleiche rein sein. Letztes Mal. Wunderbar. Und einmal kurz die Arme ab. War schon ein bisschen besser. Ja. Wenn ihr das merkt, trainiert das öfter mal oder macht die Bewegung auch ruhig etwas länger. Ja. Gut. Okay. Jetzt gehen die Arme noch mal nach unten zur Decke. Jetzt packen wir noch eine Stütze oder eine Stufe drauf. Ja. Du hebst erst dein linkes Bein in die Luft. Genau. Und jetzt willst du gleich mit dem linken Bein diagonal nach vorne rausschieben. Ja. Und mit dem rechten Arm, wie es über Kopf stellt, ich ziehe an den Beinen nach vorne und am Arm nach hinten. Und dann kommt ihr in die Startposition wieder zurück. Das ist so ein bisschen wie auf so einer Streckbank. Wichtig ist, was habe ich am Anfang der Stunde gesagt, wieder zurück, je weiter der Arm über den Kopf geht, umso näher möchte die Brustwirbelsäule mitarbeiten. Die wollen wir aber gar nicht. Wir wollen das Schultergelenk, wir wollen das Hüft- und das Kniegelenk. Genau. Wie weit ihr euch öffnet, wie tief ihr mit dem Bein runter geht, ja. Wenn ihr das hier unten halten könnt, ist das super, ja. Wenn ihr aber sagt, wieder zurück, ich möchte das Bein doch lieber ein bisschen höher halten. Das ist auch völlig in Ordnung, ja. Letztes Mal. Ihr findet so eure Bewegung selber raus. Wunderbar. Dann wechseln wir einmal. Arm und Arm oben. Ja. Denk dran, Fußposition vielleicht ein bisschen verändern. Erstmal das Gleichgewicht finden. Das ist wichtig. Vorher fangen wir wirklich an. Ja. Gut. Schön breit flächig den Fuß. Und dann schiebt das rechte Bein nach vorne und der linke Arm geht rüber Kopf. Ja. Die Rippen wollen wie so zwei Stiebe-Türen ein bisschen zueinander und runter zu lenken. Dass ihr euch ganz sicher seid, wirklich nur das Schultergelenk zu bewegen und nicht die Bewegung durch die Brustwirbelsäule weiterlaufen lasst. Genau. Jetzt sind wir wieder auf dem Bein, was Anastasia nicht ganz so gut kontrollieren kann. Du bleibst jetzt mal in dieser Position, ja. Und jetzt führst du den Arm und das Bein von der Körpermitte weg, wie so ein halber Propeller, ja, und wieder zurück. Und jetzt fordere ich das linke Bein wieder heraus, ja. Die Rolle bleibt so ruhig wie möglich und die Bewegung ist wirklich sehr, sehr klein. Ja, jetzt haben wir wieder diese Rotationskomponente, die mit rein will, ja. Und die Rolle sorgt dafür, dass ihr sofort merkt, wenn ihr zu weit geht, dann könnt ihr das nicht halten. Denkt dran, schauen und auch beibehalten. Das mache ich mit dir jetzt nur auf dieser Seite, um das Bein wieder ein bisschen herauszufordern. Ganz genau. Letztes Mal. Und da habt ihr ordentlich zu tun. Das ist gar nicht so einfach. Ja, gut. Und dann wieder zurückkommen. Das Bein abstellen, die Arme auflegen und dann einmal da alles abstellen. Puh. Ja, also das wäre die Seite, die ich mit Alastasia halt trainieren, die mehr trainieren würde als die andere, weil das andere Bein kann das besser kontrollieren. Wunderbar. Alles okay? Alles gut. Gut. Du stellst die Füße auf, ruhig wieder etwas breiter als die Freie, und die Hände an den Hinterkopf. Ja. Wunderbar. Hierbei ist wieder wichtig, dass die Ellbogen so in eurem Gesichtsfeld sind. Ja. Wenn die Ellbogen runterfallen, wir machen das nochmal vor, dass die Ellbogen mal fallen. Was passiert? Die Rippen platzen auf, ja. Und die Brustwirbelsäule ist so ein bisschen überschreckt und vielleicht geht das sogar ein bisschen ein leichtes Hohlkreuz. Deswegen die Ellbogen ein bisschen anheben. Und jetzt schon dieses Bild wieder vor Augen haben, zwischen Kinn und Brustbein, einen Abstand für einen Faust, einen Tennisball oder einen Baseball zu haben oder eine saftige Orange. Und mit der Ausatmung rollst du jetzt den Oberkörper ein bisschen auf, schaust über deinen Gernstuhl hoch und dann langsam wieder runter. Ja, genau. Ja, Ausatmung und Aufrollung, schaust über deine Knie nach vorne und denkst an den Abstand zwischen Kinn und Brustbein, gar nicht so runter. Ja, genau. Ausatmung und Aufrollen, Einatmung und Aufrollen, genau. Ja, das könnt ihr immer so sechs bis acht Mal machen und jetzt ist mir das ein bisschen zu langweilig, um den Oberkörper aufzurollen. Das heißt, ich möchte wieder ein bisschen mehr Action in der tiefen Muskulatur, in der stabilisierenden Muskulatur. Das heißt, wenn du dich das nächste Mal aufrollst, gibst du ein Bein in die 90-90 und kommst dann langsam wieder zurück. Das heißt, wir müssen nicht nur die geraden Bauchmuskeln arbeiten, sondern wir fordern die Schreien, Rumpfmuskeln, Bauchmuskeln. Noch ein bisschen mehr heraus als vorher. Ja, und wenn ihr sagt, das ist mir viel zu wackelig oder viel zu schwierig, dann lasst ihr die Füße einfach stehen. Ja, aber wenn ihr sagt, ach, das geht ganz gut, ich möchte noch mehr, rollt ihr euch auf und dreht mit der linken Schulter zum rechten Knie im letzten Moment und dann wieder zurück. Und umgekehrt mit der rechten Schulter zum linken Knie. Und die Betonung liegt auf Schulter und nicht auf Elbe. Das machen ganz viele falsch. Oder ich sehe das auch. Ja, wir machen das mal falsch vor. Du gehst mal mit dem Ellbogen zum Knie und dann hat man das Gefühl, gar nicht so einfach auf der Rolle und wieder runter. Ja, wieder neu austariert. Ja, und wenn ich sehe, dass der Ellbogen geführt wird, dann habe ich keine Rotation. Das heißt, stellt euch lieber vor, dass ihr mit der Schulter zum Knie möchtet und weniger mit dem Ellbogen. Ja, weil sonst wäre das diese Bewegung. Genau, das ist nur eine ganz kleine Drehung. Am Ende der Aufrollphase wollt ihr noch mal so eine kleine Drehung machen. Vielleicht auch nicht. Genau. Und es fordert immer wieder die Beinmuskulatur, das Standbein heraus, aber natürlich auch die ganze Rumpuskulatur. Das heißt, im Prinzip ist jetzt so keine Zelle wirklich in Sicherheit. Ja, vielleicht vom Fuß, vielleicht von der Gesicht- und Kiefermuskulatur immer auch ein bisschen lächeln bei den Übungen. Ja, das macht Spaß. Das ist wunderbar. Ja, letztes Mal mit der Ausatmung wollt ihr euch auf. Kleine Drehung am Ende, wenn ihr möchtet. Ja, und dann wieder zurück und Pause. Das heißt, ihr habt gesehen, aus der Anfangsbildung, wo wir nur den Oberkörper aufgerollt haben, haben wir am Ende nicht die Anbrüche wieder möglicher. Haben wir am Ende eine sehr komplexe Bewegung gemacht. Ja, und ihr entscheidet einfach, in welcher Variante bleibe ich denn. Ja, und so könnt ihr auch in den nächsten Wochen einfach gucken, wie ihr euch verbessert habt. Ja, sehr schön. Okay, jetzt stellst du die Füße ein bisschen weiter nach vorne und ein bisschen weiter auseinander. Wir haben ja das Video gedreht, wo es um den Roll-up ging, diese Roll-up-Klinik. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie gut die Anastasia, Arme zur Decke, in den Sitz auffollen kann. Und hierbei ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen wackelt oder wenn ihr die Arme zur Hilfe nehmt. Das heißt, eure Bewegungsaufgabe ist im Prinzip, rollt euch hoch in den Sitz. Bleibt hinterm Steißbein, dann ist es nicht ganz so ruhig nachgelegen. Und dann rollst du dich langsam wieder runter. Kannst die Arme wieder nach oben füllen, nach hinten über den Kopf und dann zur Seite. Und wenn die Arme an der Seite angekommen sind, dann kannst du wieder direkt auffollen. Das ist so eine schöne Bewegungsabfolge, ein Bewegungsfluss. Ja, und jetzt werden viele von euch merken, ach, wie soll ich denn da hochkommen? Ja, stützt euch mit den Armen auf oder holt euch eure hinteren Oberschenkel und zieht euch vielleicht noch nach oben. Und stellt euch dabei vor, dass eure Füße wie festgeklebt am Boden sind oder jemand auf euren Fußspitzen steht. Ja, genau. Ruhig ein bisschen höher, nur dass du nicht so direkt mit dem Steißbein in die Rolle tust, weil das kann sein, dass das sehr unangenehm wird. Genau, letztes Mal. Arme über Kopf, sehr schön über die Seite wieder aufrollen. Aufrollen, du bleibst hier oben und ihr seht, die Wirbelsäule von Anastasia ist jetzt rund, wie eine Zehkurve. Das ist auch gut. Jetzt machen wir wieder den Half-Roll-Down. Das heißt, du rollst dich ein bisschen ab. Gut. Und rollst dich wieder hoch. Und die Wirbelsäule bleibt aber immer abgerund. Ja, die Arme sind so um. Schulterhöhe. Genau. Beim nächsten Mal bleibst du hier. Und wie wir das in der ersten Mackenstunde schon gemacht haben, öffnest du wieder einen Arm zur Seite und schaust der Hand hinterher. Und das ist natürlich jetzt auf der Rolle ein bisschen fieser. Ja, weil die natürlich wackelt. Das heißt, ihr könnt hier aus der Mackenstunde eine Steigerung machen. Wenn ihr eine Rolle zu Hause habt oder auch ein langes Handtuch, könnt ihr euch auch zu einer Wurst zusammenrollen und darauf ein bisschen trainieren, wenn ihr jetzt keine Rolle zu Hause habt. Und dann wollt ihr natürlich immer weiter und weiter öffnen. Ja, je mehr ihr mitdreht mit dem Kopf, mit dem Blick, mit der Wirbelsäule, umso instabiler wird es. Und hierbei ist wichtig, dass die Knie immer den gleichen Abstand haben. Ja, und das Steißbein möchte die Rolle gerne so ein bisschen nach vorne schieben. Und der Kopf oder der Scheitel möchte in die entgegengesetzte Richtung nach oben zerdecken. Kannst du nur eine Runde? Schaffst du noch. Ne, Jungen. Nicken reicht für dich. Sprechen braucht man da eigentlich. Nicken oder Bogen oder so. Ja, genau. Sehr schön. Wunderbar, anrollst du dich bis hoch in den Sitz. Genau, kommst du einmal runter von der Runde. Und legst dich nochmal auf den Rücken, um einfach jetzt mal zu spüren, wie sich die Wirbelsäule anfühlt. Und da kommt oft dieses Geräusch von den Teilnehmern. Man hat das Gefühl, man ist ein bisschen tiefer gelegt. Warum? Weil wenn die Muskulatur neben der Wirbelsäule, die den ganzen Tag arbeitet und aufrichten muss und angeschaut ist, sich jetzt ein bisschen erhöht und man hat das Gefühl, die Wirbelsäule sackt so ein bisschen tiefer. Ist das richtig? Ja. Ja. Wunderbar. Okay. Ich nutze das immer gerne aus, diese Weichheit der Muskulatur oder diese Entspannung der Muskulatur für das Ritching. Du stellst die Füße nochmal auf und dann könnt ihr einfach in eurem Tempo nochmal so drei, vier Mal das Basic Ritching machen, um zu gucken, wie bewegt sich denn die Wirbelsäule jetzt im Vergleich zu vorher. Ohne Rolle. Ja, habt ihr das Gefühl, die fühlt sich freier, ist nicht mehr so eingeschränkt, weil die Muskulatur ihren Zug so ein bisschen nachgelassen hat. Genau. Ja, meistens fühlt sich das immer ein bisschen leichter, ein bisschen weicher an. Sehr schön. Ja, wenn du um angekommen bist, ziehst du einmal die Knie kurz zur Rust. Wunderbar. Jetzt gehen wir mit dem Becken auf die Rolle. Ja, du stellst die Füße auf, dann gebt ihr euren Po so ein bisschen an und könnt die Rolle entweder so von außen, an den Außenkanten fixieren, ja, damit ihr sicher seid, dass ihr nicht wegrollt. Ihr könnt aber auch die Hände von oben an den Seiten drauflegen und ein bisschen Druck ausrufen. Und einfach, was euch lieber ist, wir bleiben heute mal in der Variante, dann sind die Arme schön gerade. Und ihr justiert einfach selber mal und guckt, wo liegt die Rolle für euch optimal. Okay? Gut. Jetzt hebst du die Beine nach einer da in die 90-90-Position. Genau. Und siehst hier einfach ein bisschen weiter runter, als uns wird so eine Hängematte. Also lass dich in meine Hand noch so ein bisschen fallen. Genau. Ja? Knie etwas weiter nach vorne. Das heißt, das Becken möchte so ein bisschen nach hinten. Ja, das möchte ich gerne. Okay? Und diese Position behältst du jetzt bei. Stell dir also vor, dass hier unter deinem Rücken hat sich jetzt so eine Babykatzin hingelegt und die möchte gerne schlafen, möchte nicht gestört werden. Ja? Und von mir aus machst du mein Bein über den Wechsel. Wichtig hierbei ist, dass ihr an der Rolle nicht zieht, sondern dass ihr sie im Prinzip nur fixiert. Und ob ihr mit der Fußspitze den Boden berührt oder nicht, ist nicht wichtig. Wichtig ist, bleibt der Winkel im Kniegelenk 90 Grad und bewegt meine Lüfte einzig und allein. Genau. Und der Ausatmung geht es tief und denkt gerade hier ein bisschen tiefer. Ja, genau. Wie die Katze passt da genau zwischen. Jetzt wollen wir das Tempo ein bisschen erhöhen. Ja? Schlecker. Zack, zack, zack. Und haltet hier ein bisschen stabil. Genau. Mit Tempowechsel könnt ihr euch immer ein bisschen mehr herausfahren. Wunderbar. Ja, genau. Noch zweimal. Dann bleiben die Beine wieder oben und du machst das Gleiche. Hier wieder ein bisschen sinken. Mit beiden Beinen. Beide Beine sinken, ohne dass das Becken mitklingt. Ja? Das heißt, das Becken bleibt in so einer leichten Kippung nach hinten. Und ihr geht mit den Beinen nach vorne. Und ihr seht schon, das Becken von Anastasia möchte ich gerne so ein bisschen mit was passiert. Aber dann gehe ich zu sehr in meine Längelbesäule und die will ich da hängen lassen. Und die will ich ein bisschen mit so einer Hängematte liegen lassen. Ausatmen. Und ihr seht schon, wie viel Anstrengung das erfordert. Ja? Und wenn ihr nur eine kleine Bewegung macht. Wunderbar. Letztes Mal. Ja, und so kriege ich die Rippen von Anastasia am besten. Ja? Jetzt gehen die Beine mal nach unten zur Decke. Genau. Du legst die Hände mal oben drauf. Ja? Und drückst mit den Händen so ganz, ganz sanft die Rolle nach unten. Die Knie sind ganz durchgestreckt. Wir wollen nur die Füße bewegen. Mit der Einatmung sinken die Zehenspitzen runter zum Bauch. Und mit der Ausatmung nehmen sie wieder hoch. Genau. Und ihr macht die Bewegung einfach so groß wie möglich, wie es euch angenehm ist. Mit den gestreckten Knien. Ganz durchgestreckt. Stellt euch vor, meine Hände liegen in eure Kniekehlen. Und ihr wollt meine Hände aus den Kniekehlen raus tun. Darauf lege ich immer sehr großen Wert. Ich sage immer, entweder sind die Kniekehlen gebeugt oder gestreckt. Wenn sie nicht gestreckt sind, sind sie gebeugt. Ja? Wir wollen aber hier gestreckte Knie. Jetzt macht der Kopf die gleiche Bewegung wie die Füße. Das heißt, wenn die Füße zur Decke gehen, hebt der Kopf so einen Zentimeter. Nur ganz, ganz wenig. Ja? Die Knie bleiben gestreckt. Wenn die Füße hochgehen, geht auch der Kopf hoch. Ganz wenig. Ohne große Anstrengung. Was passiert? Durch diese Bewegung mobilisieren wir die Nerven der Körperrückseite. Die werden jetzt, man nennt das Flossing. Ja? Die werden jetzt schön mobilisiert. Und das mögen Nerven sehr. Die wollen nicht so wirklich gedehnt werden. Aber die wollen wirklich mobilisiert werden. Das kriegen wir mit dieser Bewegungsschwingen. Ganz kleine Bewegung in der Halswirbelsäule. Große Bewegung im Sprunggelenk. Letztes Mal. Vielen Dank. Lässt du den Kopf wieder liegen. Die Füße sind so entspannt gestreckt, sage ich immer. Sie müssen nicht wie Ballerina-Füße aussehen, sondern die sind so locker gestreckt. Wunderbar. Und jetzt machst du mit gestreckten Knien eine schwerere Bewegung mit den Beinen. Das heißt, das eine Bein geht in Richtung Kopf und das andere Bein geht in Richtung Boden. Ja? Das Becken liegt nach wie vor in so einer leicht nach hinten gekippten Position, wodurch wir wieder eine schöne Länge im vorderen Oberschenkel bekommen und im hinteren auch im anderen Bein. Ja. Ausatmen, öffnen. Einatmen. Sonderbar. Und um diese Dehnung noch ein bisschen zu verstärken, ja, wir haben die Übung auch schon gezeigt in unserer Roll-up-Klinik, wo wir den Luftbeuger ein bisschen verlängern wollten, bleibst du jetzt mal da in einer Schere, beugst das Bein, was dir näher ist und ziehst es ein bisschen ran. Ja? Und streckst das andere Bein nach vorne aus. Genau. So, dass du eine schöne, angenehme Dehnung hast. Hast du die? Ja. Genau. Und ihr könnt das auch immer mal testen. Du kannst das Bein auch mal locker lassen im Knie, dass die Ferse aufhegt. Ja? Und je mehr ihr das Bein ranzieht, desto mehr Dehnung bekommt ihr. Das heißt, wenn Anastasia jetzt ein bisschen nachlässt, dann seht ihr, dann kippt das Becken sofort nach vorne und die Dehnung geht weg. Das heißt, je mehr ihr ranzieht, seht ihr schon, dann wird das Bein richtig mit hochgehoben. Ja? Ich habe manche Teilnehmer, die haben das Bein hier oben. Ja? Das heißt, man muss dringend dafür sorgen, dass hier mehr Dehnung reinhaut. Und wenn du das Bein jetzt noch mal ausschreckst, kriegst du noch mehr Eben. Ist das richtig? Ja. Ja? Das wollte ich euch jetzt nur noch einmal kurz zeigen, wie ihr das mit der Bein gemacht habt. Genau. Wunderbar. Ja? Dann ziehst du beide Knie ran und die Rolle kann jetzt ruhig unterm Punkt ein bisschen nach vorne, genau. Und wir rollen runter. Ja? Das wollte ich nur noch einmal kurz zeigen. Dann streckst du dich aus. Und guckst du einfach, wie die Länge, wie soll jetzt? Weil dadurch, dass ihr die ganze Zeit in dieser Hängematte gelegt habt, die Katze ist natürlich jetzt weggelaufen, ne? Hat man oft das Gefühl, man liegt so ein bisschen tiefer, ein bisschen entspannter auf. Okay? Super. Gut. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen Stützarbeit vorbereiten. Wir wollen noch ein paar Stützübungen machen. Und dazu legen wir gleich die Rolle quer. Und du liest mit der Achselhöhle auf der Rolle und schaust nach vorne. Ja? Also richtig mit der Achselhöhle. Genau. Die Beine sind angekläugt. Und dann liest du dich richtig drauf. Hast die Hände am Hinterkopf. Ja? Und richtig da, genau, unter die Achselhöhle. Ich kann ein bisschen weiter runter. Okay. Wunderbar. Die Beine sind fixiert. 90-90. Ihr könnt euch gerne hier wieder ein Kissen dazwischen legen oder einen Ball oder irgendwas, was ihr zu Hause habt. Ja? Und jetzt geht es darum, dass ihr einmal schön langsam, wie eine Dampfwalze, wirklich so langsam, nach vorne über die Brustmuskulatur rollt. Genau. Ja. Und dann nach hinten Richtung Schulterblatt. Genau. Und dabei kann sich der Ellbogen auch ruhig von der Matte lösen. Der kann aber auch drauf bleiben. Und dann sagt, oh, was ist da denn los? Und da ist oft sehr, sehr viel los, weil die Muskulatur oft sehr, sehr angestrahlt ist und dafür sorgt, dass das Schulterblatt und das Schultergelenk nicht optimal arbeiten kann. Diese ganze Region wollen wir jetzt so ein bisschen befreien, damit sie für den Stütz auch zur Verfügung steht. Ja? Und wenn ihr den Ellbogen in der Luft habt, kriegt ihr natürlich mehr Druck auf die Rolle. Ja? Wenn euch dieser Druck zu stark ist, dann lasst ihr den Ellbogen einfach am Boden. Macht die Bewegung langsam, so langsam. Wie möglich, damit das Gewebe Zeit hat, sich zu entspannen. Ja? Wenn ihr da ganz schnell die Spilinozales drüber wischt, dann weiß die Muskulatur, die Strukturen, das Gewebe weiß jetzt gar nicht, was soll ich jetzt machen. Soll ich jetzt anspannen, soll ich entspannen? Ich weiß auch nicht. Ja? Und ihr könnt besser testen, ist denn vorne an der Brustmuskulatur verspannt oder hinten am Schulterblatt. Es kann auch sein, dass beide im Jungen sehr fest sind und dann das Schultergelenk sich richtig einspannen. Ja? Und einsperren. Wenn ihr sagt, ich spüre gar nichts, das ist alles super, dann ist es eine schöne Rotationsübung für euch. Der Unterkörper ist stabilisiert. Ja? Und der Oberkörper rotiert dagegen. Also ihr könnt nur gewinnen mit dieser Übung. Ja? Wenn ihr so einen Punkt gefunden habt, könnt ihr auch mal sagen, wir tun jetzt mal so Anastasia, dass du ein bisschen weiter hinten einen Punkt gefunden hast. Da könnt ihr auch mal einen Moment drauf bleiben. Wichtig den Kopf gut festhalten. Das ist wichtig. Ja? Genau. Und dann macht ihr diese Bewegung wirklich so lange bis, und dann kannst du dann nach vorne, bis dieser Punkt verschwindet. Ja? Und ihr sagt, ich finde ihn gar nicht mehr, da war doch vorhin was und jetzt ist er weg. Super. Beide Darm hoch. Ja. Hast du einen Punkt? Nee. Du machst es ja auch regelmäßig. Ja? So alle acht bis zehn Tage würde ich das mal machen. Na wunderbar. So, jetzt haben wir die Muskulatur ein bisschen befreit. Jetzt gehst du, wenn du wieder in der Mitte angekommen bist, gehst du mit dem rechten Unterarm auf die Rolle. Deine Beine sind gewollt. Kannst du mich so schön mit sich, dass du die Hand so auffächern kannst. Dass du richtig schön begreifen kannst. Die Beine sind genau optimal. Die freie Hand entweder ans Ecken oder an den Hinterkopf, wie ihr möchtet. Ja? Und jetzt wisst ihr schon, was kommt. Jetzt gehen wir in den Stütz. Das heißt, ihr hebt Becken und Po ein bisschen in die Luft und kommt langsam wieder runter. Jetzt fängt die Rolle natürlich an zu wackeln und sorgt dafür, dass eure Muskeln, die momentan nicht arbeiten, einfach sich verweigern, dass die aufgeweckt werden. Die müssen jetzt mithelfen. Das heißt, für mich eine der besten Stützübungen, die es gibt. Weil die Rolle euch sofort viel weg gibt und euch sofort kontrolliert. Das heißt, wenn ihr das alleine zu Hause macht, habt ihr sofort den Kontrolleur dabei. Und das Ziel ist es natürlich, diese Bewegungen irgendwann so auszuführen, dass die Rolle ganz ruhig ist. Und dann wisst ihr, dass die Schultermuskeln optimal arbeiten müssen. Gut, genau. Du bleibst mal schön rum. Jawohl. Leg nach vorne. Denk dran. Schöner nach dem Nacken. Ich ziehe also gerne nach Zöpfen. Ich ziehe gerne überall, wo es sinnvoll ist. Jetzt lässt du die Füße aufeinander und hebt mal das obere Knie ein bisschen hoch und wieder runter. Und es geht gar nicht darum, jetzt das Knie bei weißem hoch zu heben, sondern es geht darum, ich lenke sie jetzt ab. Mit einer Zusatzaufgabe lenke ich sie ab und sie muss trotzdem die ganze Zeit hier schön arbeiten. Letztes Mal. Sehr schön. Letztes Mal. Bisschen Atmen dabei. Anastasia. Und dann kommst du ganz langsam, wenn das nächste Mal das Bein unten angekommen ist, kommst du ganz langsam unter. Fantastisch. Dann nehmen wir die Rolle einfach auf die andere Seite. Alles okay? Alles gut. So, und gucken mal jetzt. Wie sieht es denn mit der anderen Seite? Erst wieder. Genau. Die ist erst wieder mit der Achselbühne. Richtig schön auf die Gelle. Genau. Beide übereinander. Ja. Und testest. Ja. Du testest, wie fühlt sich die Brustmuskulatur an. Und du wirst so richtig schön. Ja. Genau. Brustmuskulatur. Das ist wichtig. Also rollt nicht über die Brust. Ja. Das ist unangenehm. Ja. Und auch hier. Guckst du, wie fühlt sich das an? Oftmals ist es ganz deutlich, ganz unterschiedlich. Ja. Dass die eine Seite locker ist. Und die andere, die treibt einfach das Tränen in die Augen. Und dann denkt, meine Güte, was ist da los? Dann ist das die Seite, die ihr natürlich länger bearbeiten, behandeln müsst. Im Prinzip behandelt ihr euch damit auch. Und löst diese Spannung. Aber macht es langsam. Wie ist die Seite bei dir, Anastasia? Ähnlich. Ähnlich. Gut. Ähnlich gut. Ähnlich gut. Sehr schön. Ja. Und durch ein regelmäßiges Training mit der Rolle und dieser Übung könnt ihr die Muskulatur richtig schön weich mal entspannen. Also quasi den Tonus bekommen, den ihr braucht für die Arbeit. Ja. Für die Schlitzarbeit. Genau. Dann kommst du wieder mit dem Lenny Unterarm auf die Rolle. Ja. Richtig schön so eine Froschhand machen, dass du auch über die Hand so ein bisschen arbeiten kannst. Genau. Blick nach vorne. Ja. Und jetzt fängt die Rolle schon an zu wackeln. Ja. Und die Muskeln fangen jetzt schon an zu suchen. Wo ist die optimale Position? Und dann, wenn du bereit bist, zieht das Becken nach oben und nach unten. Und wie hoch ihr mit dem Becken geht, ist völlig egal. Der wichtige Teil dieser Bewegung ist der erste Moment oder die ersten zwei Zentimeter, wo ihr das Becken anhebt. Da muss die Schulter mit helfen. Ja. Wenn ihr dann weiter nach oben geht, könnt ihr das gerne tun, müsst ihr auch nicht. Ja. Wichtig ist, dass ihr das Becken nach oben bekommt. Es gibt auch Teilnehmer, die kommen mit dem Becken gar nicht nach oben, weil die Schulter einfach nicht diese Stabilität findet, die sie braucht. Letztes Mal. Ohne bleiben. Nacken schön. Ja. Genau. Schön nach oben. Zieht nach oben. Und jetzt öffnest du mal nur das Knie. Das ist so ein bisschen wie dieses Spiel, kennt ihr vielleicht noch von früher. Gibbel und Trille. Ja. Genau. Wobei das Becken ganz stabil bleibt. Und ihr seht schon, auf der Seite hat die linke Schulter hat schneller reagiert. Ja. Da wackelt sie ein bisschen weniger als auf der anderen Seite. Das heißt, Anastasia für dich bedeutet das. Blick nach vorne. Ja. Elbungen nach oben. Die rechte Seite noch ein bisschen mehr zu aktivieren. Letztes Mal. Wunderbar. Und dann kommst du langsam runter. Sehr schön. Du kommst einmal in den Langsitz mit Blick nach draußen. Und jetzt setzt du dich oben auf die Rolle drauf. Ja. Und zwar so, dass die Sitzbeinrücker ein bisschen hinter der Rolle sind. Das ist wie so ein eingebauter Bremskress. Die Beine sind nach dem Bereich geöffnet. Genau. Ja. Und das ist jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe der Schwerkraft die Kniekehren hier ein bisschen fallen zu lassen. Also wenn ihr eh schon immer Probleme habt, dabei die Knie hier ganz durchzustrecken, ist das einfach mal so eine schöne Maßnahme, um die Schwerkraft einzubinden. Ja. So. Jetzt machen wir wieder so eine kleine Rotationsübung. Ja. Du kannst also deine Arme schon runterhalten. Dazu willst du einen Ball umarmen. Genau. Brustbein ein bisschen anheben. Wie so ein unsichtbarer Faden, der deine Brust dann nach oben zieht. Ja. Und jetzt drehst du den Oberkörper mit der Ausatmung zur Seite. Hälst deine Wirbelsäule schön lang und drehst dann mit der Einatmung wieder zurück. Ja, genau. Und wir wollen mit Hilfe der Rolle, wollen wir es schaffen, dass unser Unterkörper, also vom Bauchnabel abwärts quasi, alles stabil bleibt. Wenn das Becken mitdrehen würde und dadurch natürlich die Bewegung in der Brustwirbelsäule so ein bisschen unterstützen möchte, wir diese Bewegung aber gar nicht wollen, dann merkt ihr das dann bei uns in zwei Wochen. Ja. Wenn die ganz ruhig bleiben an der Rolle, wenn die Rolle sich gar nicht mitbewegt, dann wisst ihr, okay, die Drehung kommt da an, wo sie ist. Und die ist nicht groß, die Bewegung, die Drehung in der Brustwirbelsäule. Ja. Genau. Wenn ihr sagt, eure Armhaltung ist mir zu anstrengend, dann könnt ihr die Hände über Kreuz an die Schultern legen zum Beispiel oder Korsakenarme machen, wo wir das, das haben wir glaube ich auch schon mal gezeigt, ne. Ja, wenn ihr es ein bisschen schwieriger haben möchtet, dann könnt ihr die Arme zur Seite strecken und zwar so, dass die Hände immer noch in eurem Gesicht zählt sind. Nehmt den rechten Arm noch ein bisschen nach vorne, noch ein bisschen. Ja, genau. Als hättet ihr so einen riesigen Besenstiel in der Hand, in den Händen, ohne den Abstand zu verändern. Genau. Ja, und noch einmal zu mir. Dann nimmst du die Arme da runter, setzt dich vor die Brülle und kannst einmal kurz mit dem Oberkörper so nach vorne, dass sich die Rückenmuskulatur ein bisschen entspannt. Genau. Okay. Du rutschst ein bisschen weiter nach vorne, dass die Fersen so auf der Kante der Matte liegen. Genau. Und nimmst mal deine Hände und legst sie auf der Rolle auf. Ruhig ein bisschen weiter, ruhig ein bisschen weiter. Und zwar so wird die Rolle etwas näher, dass du ganz aufgerichtet siehst. Geht. Okay. Bauch einsam. Und jetzt rollst du mit der Rolle mit geradem Rücken ein bisschen nach hinten. Nicht zu weit. Und wieder zurück. Ja. Und die Rolle etwas weiter nach hinten. Und heb aber dein Brustbein schön nach. Genau. Und dann rollst du ein bisschen mit der Rolle nach hinten. Und ihr seht schon, es öffnet wieder wunderbar die Brustmuskulatur, die vordere Schulterregion, die vordere Oberarmmuskulatur. Ja. Vorhin haben wir ja schon die hintere ein bisschen geöffnet und jetzt die vordere Kante. Ja. Und ruhig eine kleine Bewegung machen. Ja. Immer so die Hände platzieren, dass ihr euch sicher fühlt. Am besten erstmal schön weit öffnen. Ja. Und wenn ihr euch dann steigern möchtet, dann könnt ihr die Hände natürlich noch ein bisschen enger zusammenlegen. Ja. Genau. Probiert einfach aus. Manchen reicht das einfach, in dieser Position zu sitzen. Da sagen die schon, boah, das ist ja irre. Das zieht ja wie Hülle. Wie ist es bei dir? Schön, ne? Okay. Noch zweimal mehr. Ja. Nach hinten rollen. Schön langsam. Wunderbar. Jetzt haben wir den Bereich schon ein bisschen geöffnet. Jetzt drehst du dich einfach um auf den Bauch. Und du nimmst deine Unterarme auf die Rolle drauf. Ja. Und zwar so, dass die Unterarme mittig auf der Rolle liegen. Die Arme sind etwas breiter geöffnet als schulterbreit. Der Kopf ist zwischen den Oberarmen. Ja. Oder die Ohren sind auf Höhe der Oberarme. Genau. Und die Daumen zeigen nach unten. Nimm die Arme noch ganz klein bisschen weiter nach außen. Die Daumen zeigen nach unten. Das heißt, wir starten mit der Schulter in einer Innendrehung. Ja. Ja. Okay. Und jetzt rollst du deinen Oberkörper so ein ganz klein bisschen auf. Ja. Im großen Bereich. Und dabei drehst du deine Daumen nach oben unserer Decke. Und dabei nähert sich die Rolle so ein bisschen. Und dann rollst du dich langsam wieder runter. Ganz genau. Ja. Daumen rollen nach oben. Genau wie das Brustbein. Das Brustbein möchte über die Rolle drüber schauen. Ihr selber schaut maximal auf die Rolle. Ja. Wir wollen die Hals- und die Lendenwirbelsäule, die wollen wir in Ruhe lassen. Wir wollen die Brustwirbelsäule. Du musst gar diese Dinger hier abmachen, ne. Ich weiß ja, wie es ist. Schön hier. Genau. Ja. Jetzt fällt mir schon auch gar nicht so hoch, dass die unteren Rippen mal hoch. Genau. Bleib in der Bewegung. Jetzt möchte ich gerne, dass Anastasia hier mehr nach unten sinkt. Was passiert automatisch? Sie will aus der Halswirbelsäule arbeiten. Ja. Die Lendenwirbelsäule jetzt schön lang. Denk kann ich auch ein bisschen einsaugen. Ja. Und jetzt ist wichtig, dass in dem Moment, wo du mit dem Brustbein dich aufrollst, dir vorstellst, dass du von meiner Hand nach unten wegtaugst. Und schon wird die Bewegung kleiner. Habt ihr das gesehen? Hier möchte ich, dass du dich von meiner Hand entfernst und dein Brustbein aufrollst. Den Nacken schön lang ist. Seht ihr? Das ist der Bereich, den wir mit Anastasia noch ein bisschen mehr trainieren müssen. Weil hier passiert nicht wirklich viel Bewegung. Tauch ab. Tauch ab. Tauch ab. Lass die untersten Rippen, die Rippenbögen in den Boden hinein sinken. Genau. Das ist nördermäßig anstrengend. Ja. Und nochmal. Und roll dich auf, roll dich auf. Und bleib mal hier. Bleib mal hier. Weg vom Brust. Weg von meiner Hand. Atme tief ein. Und beim Ausatmen. Ja. Jetzt entfernt sie sich von meiner Hand. Jetzt passiert hier ein bisschen mehr Bewegung. Nacken schön lang. Kannst du noch? Nicken reicht ja. Genau. Richtig abtauchen. Abtauchen. Lass die Rippenbögen runter sinken. Ganz genau. Letztes Mal. Tief einatmen. Mit dem Ausatmen. Abtauchen. Und einfach kurz entspannen. Puh. Elbogen ruhig ablegen. Das ist richtig harte Arbeit. Hast du gemerkt, Alastasia? Ja. Also wichtig, das Bild, dass die vorderen Rippenbögen am Boden kleben bleiben. Ja. Und dass das Brustbein sich auffollen möchte und nach vorne schauen möchte. Ja. Aber nicht die ganze Irre Säule. Jetzt machen wir die Bewegung nochmal. Ja. Du kannst die Arme jetzt so positionieren, wie du möchtest. Genau. Wunderbar. Und jetzt machst du die Bewegung nochmal ohne meine Hilfe. Mit der Hand. Aber spürst meine Hand noch. Genau. Und jetzt wolltest du dich mal ein bisschen höher auf. Jetzt dürfen die untersten Rippen ruhig mal lösen. Ja. Genau. Und wieder runter. Und ich möchte auch hier eine schöne langgezogene Zehkurve. Vom Steißbein bis zum Scheitel. Ja. Und wir sehen, jetzt passiert das schon ein bisschen mehr. Beim nächsten Mal bleibst du oben. Genau. Wunderbar. Und jetzt führst du mit der rechten Hand mal Richtung rechter Fuß und schaust der Hand hinterher. Genau. Und dann wieder zurück. Ohne, dass sich die Höhe des Oberkörpers verändert. Denk an deinen Hand. Ja. Und denk an meine Hand. Wie weit ihr die Hand zum Bein oder zum Fuß führt. Das könnt ihr selber ausprobieren. Jetzt muss der Arm, der auf der Rolle bleibt. Der muss richtig arbeiten. Nächstes. Ja. Diese Frage wollte ich mir. So viele Fragen über Fragen. Ja. Und noch einmal mehr. Bleib schön in der Achse. Genau. Jawohl. Langsam wieder abrollen. Und danach würde ich einmal in ein Päckchen positionieren. Jetzt hat die Brustwirbelsäule viel gestreckt. Ja. Und dann ist es immer wieder schön danach in ein Päckchen zu gehen oder in ein Päckchen zu ruckeln. Wie ihr möchtet. Ja. Jetzt haben wir am Anfang der Stunde das Schulterblatt schon bewegt. Ja. Ihr erinnert euch. Wir haben das Schulterblatt nach vorne und nach hinten bewegt. Jetzt möchte ich gerne noch nach oben und nach unten bewegen. Und da hilft uns die Rolle wieder. Das heißt, du legst dich nochmal auf den Bauch. Legst deine Unterarme nochmal auf die Rolle. Genau. Du kannst jetzt die Handinnenflächen nach unten zeigen lassen. Der Kopf ist wieder in Verlängerung der Wirbelsäule. Genau. Und jetzt möchte ich, dass sich nur die Schulterblätter bewegen. Einmal nach unten zu den Ohren und einmal nach unten. Ohne, dass der Kopf sich hebt. Ohne, dass sich die Brustwirbelsäule hebt. Ja. Also dieses Gefühl, dass die Schulterblätter sich am Rippenkopf bewegen. Genau. Und das ist gar nicht so einfach, weil man möchte immer viel mehr machen. Man möchte mit dem Oberkörper hoch, mit dem Kopf hoch. Es geht wirklich nur um die Bewegung der Schulterblätter am Rippenkopf. Schöner lieber nacken. Genau. Ja. Und die Lippenbögen bleiben schön festgeklebt. Ganz genau. Ihr könnt mit der Einatmung die Rolle so ein bisschen von euch wegrollen. Und mit der Ausatmung zurück. Und Pause. Genau. Ruhig in der Pause mal die Ellbogen ablegen. Dann könnt ihr auch noch mit dem Becken so ein bisschen schakalaka machen. Oder natürlich wie immer entweder in den Katzenmuck oder ins Päckchen gehen. Ja. Sehr schön. Gut. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Und zwar so, dass die Rolle längst liegt. Die Hände sind nebeneinander, mit den Daumen nebeneinander vorne auf der Rolle. Ja. Du kommst erstmal in diese Position. Die Knie sind noch auf der Matte. Genau. Und jetzt gehst du mit der Ausatmung mit beiden Knien gleichzeitig oben drauf. Füße sind aufgestellt. Genau. Vierfüßler bedeutet ja, das ist wie so eine Tischposition. Das heißt, ich möchte, dass die Knie unter den Hüften sind. Also ein bisschen weiter nach vorne mit dem Knie. Und die Füße kannst du ruhig ein bisschen weiter öffnen, wenn du magst. Genau. Und dadurch, dass ihr wieder auf der Rolle stützt, müssen jetzt die Schultern und die Arme die Rolle stabilisieren. Das heißt, sie arbeiten wieder automatisch durch dich. Ihr werdet also einen Teufel tun und hier einbrechen, weil dann wird es instabil. Das heißt, ihr werdet da immer so ein bisschen hier rausdrücken. Da immer ein bisschen mehr arbeiten. Wunderbar. Okay. Jetzt hebst du mal einen Fuß so ein bisschen in die Luft vom Grundeck und stellst ihn wieder zurück. Ja. Dadurch bringt ihr euch wieder aus dem Gleichwicht. Ganz genau. Ja. Am Anfang sagt ihr vielleicht ruhig mit den Knie. Das ist so ein bisschen hart. Kann aber nicht das passieren. Ja. Probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr es nur ein, zwei Mal miteinander macht. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Und die Hände sind in einer schönen Position für die Handgelenke. Das heißt, wir sind nicht so doll abgeknickt. Ja. Sondern in einer sehr, sehr schönen, fast gestreckten Position. Jetzt probierst du das mal mit beiden Beinen und Füßen gleichzeitig. Und wieder zurück. Genau. Mal mit der Ausatmung geben. Und in diesen Instabilitätsübungen ist automatisch die Bauchmuskulatur, die tiefe Bauchmuskulatur aktiv. Die euch stabilisiert. Genau. Über die Arme könnt ihr die Rolle so ein bisschen wieder in die Mitte zurückholen. Wenn ihr merkt, es wird zu wackelig. Und am Ende probiert ihr mal aus, wie lange kann ich denn mit meinen Füßen in der Luft bleiben. Genau. Tage später. Ja. Wir sind immer noch hier. Wunderbar. Dann stellst du die Füße wieder auf. Ja. Und setz dich einfach mal, Knie wieder runter. Setz dich einfach mal mit dem Tor auf die Rolle. Und legst dich so ganz entspannt. Hoffentlich auch die Seite legen. Genau. Super. Ja. Das war wieder so eine Stütz vorbereitende Übung. Ja. Weil der nächste Stütz ist jetzt nicht ganz so einfach. Du kommst wieder durch. Und wir gehen erstmal auf die Ellbogen. Du gehst mit den Ellbogen auf die Rolle. Ihr könnt eine Faust machen. Ihr könnt die Hände ineinander legen. Wie auch immer. Komm ruhig ein bisschen weiter nach vorne lassen. Weil du gleich leider die Beine strecken musst. Ja. Und dann brauchen die Füße Platz auf der Runde. Genau. So. Als allererstes gucken. Sind die Ellbogen senkrecht unter den Schultern. Ja. Jetzt streckst du ein Bein nach hinten aus. Stellst es auf. Und dann kommt das andere dazu. Genau. Mit dieser Idee. Dass ihr die Rolle mit den Elbogen oder mit den Armen in den Boden hinein drückt. Ja. Dadurch habt ihr automatisch eine gute Ausgangsposition. Wunderbar. Das Becken. Wenn es geht noch ein bisschen tiefer. Dass ihr von den Färben bis zum Hinterkopf eine Linie seid. Wie so eine Rampe. Das Becken bleibt ganz ruhig. Und du hebst mal einen Fuß in die Luft. Und wieder senken. Und heben. Und senken. Ja. Und wenn ihr sagt. Oh ne. Das ist mir zu anstrengend. Dann lasst ihr die Füße stehen. Und ihr könnt immer zwischendurch runter. Und eine Pause machen. Ja. Wenn euch unsere Abfolge jetzt zu lange erscheint. Gebt zwischendurch immer wieder runter. Macht eine Pause. Und steigt dann wieder ein. Wenn es für euch in Ordnung ist. Ganz genau. Noch einmal auf die Seite. Becken bleibt ganz ruhig. Letztes Mal. Da fängt es schon wieder schön an zu checken. Zu zittern. Ja. Dann ein Kling nach dem anderen aufstellen. Die Hände auf die Rolle legen. Und in die Päckchen positionieren. Lass die Hände auf der Rolle. Und guck mal. Ob du mit dem Kopf. Den Boden berühren kannst. Das gibt ja so einen schönen Stretch. Und ihr seht eine schöne Länge. In der Wirbelsäule. Eine schöne Streckung in der Mustwirbelsäule. Wenn euch das zu viel ist. Könnt ihr die Ellenbogenbeuge. Könnt ihr den Kopf ein bisschen anheben. Wie ihr möchtet. Ja. Wunderbar. So. Wir gehen einen Schritt weiter. Bist du bereit? Und jetzt mit den Händen auftreten. Genau. Vierfüßler Stand. Wichtig hierbei immer, dass die Hände senkrecht unter den Schultern sind. Die Ellenbogen sind soft. Ganz leicht. Genau. Probieren wir das gleiche nochmal. Du stellst erst das eine Bein auf. Dann das andere. Ja. Und siehst wieder aus wie eine Planung. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie hat sich automatisch hier rausgedrückt. Ja. Das ist das, was ich möchte. Deswegen liebe ich diese instabilen Sachen. Ja. Und wenn du magst, gibst du wieder eine Bein in die Luft. Genau. Ja. Und ihr sagt, das ist mir zu viel. Dann nicht. Genau. Schöne breite Schlüsselbeine. Breite Schulterblätter. Ja. Genau. Das ist gut. Das möchte ich. Ja. Und noch eine Runde. Noch einmal das eine Bein. Dann das andere. Und dann wieder ein Knie nach dem anderen aufsetzen. Hände bleiben auf der Rolle. Und wir gehen in die Häckchenposition. Sehr schön. Gut. Okay. Würde ich gerne noch Neeling Cat machen. Das heißt, du kommst in den Vierfüßlerstand jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Mit den Händen auf der Rolle. Und im Katzenhubel. Ja. Du startest also im Katzenhubel. Du kannst die Füße auch stellen, auch legen, wie du möchtest. Ja. Genau. Und von hier aus rollst du die Rolle mal schön weit nach vorne. Ja. Genau. Und die Arme gleiten quasi. Du kannst ein bisschen nach hinten ausweichen mit dem Becken, wenn du magst. Genau. Und guckst mal, wie weit die Nacken schön lang du die Rolle nach vorne rollen möchtest. Und ich möchte hierbei, dass das Brustbein so weit wie es geht nach unten sinkt. Aber nur so weit, wie es für euch angeht ist. Und jetzt höhlst du den Bauch aus. Lässt das Steißbein in die Knie fallen. Und rollst dich über die Kraft der Arme wieder hoch in den Katzenhubel. Okay. Ja. Und wenn ihr nur die halbe Strecke macht, ist das völlig in Ordnung. Hierbei darf das Becken so ein bisschen nach hinten ausweichen. Und dann könnt ihr es wieder mitnehmen. Und gleichzeitig rollt ihr so ein bisschen über die Oberarme, über die Ellenbogen. Das ist oft auch ganz angenehm. Ja. Jetzt wieder. Gäder. Über die tiefe Bauchmuskulatur in den Katzenhubel. Das heißt, wir haben wieder eine Beugung in der Nebelsäule. Ja. Also Elefantenhubel. Und dann rollen wir in die Schleckung. Kneeling Cat. Ja. Die Katze, die vorne die Krallen zeigt. Da kannst du die irgendwie mal so ein bisschen anheben. So. Ja. Genau. Das ist eine schwierige Spannung da bekommst. Ja. Und dann rollst du dich wieder hoch in den Katzenhubel. Wobei hier das Becken so stabil wie möglich bleibt. Und ihr seht schon, da muss an der Zange richtig arbeiten. Nehmen wir die Rolle ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Machen wir das nochmal. Ich mache jetzt was ganz Gemeines. Ich halte jetzt das Becken stabil. Genau. Ja. Hier schön sinken. Mal einen Moment halten. Ja. Ihr könnt auch dabei zwischen euch einfach die Stirn mal aufheben. Aufheben. Auf die Rolle. Und da sinken lassen. Und halten. Ja. Wenn ihr merkt, das ist mir zu viel Stress in der Schulter, könnt ihr die Arme auch weiter auseinander nehmen. Ja. Und jetzt rollst du dich wieder auf. Über die tiefe Bauch. Über die tiefe Bauch. Über die. Komm, 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 komm. Ziehen. Jawohl. Boah. Und Pause. Okay. Ja. Super. Bevor wir gleich noch um den Stand gehen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr Extension in der Brustwirbelsäule machen. Das heißt, du legst dich mal mit deiner Brustwirbelsäule, also ich sage immer so hohe BH-Linie, auf die Rolle. Ja. Die Füße sind aufgestellt, die Hände sind am Hinterkopf. Ja. Und hierbei ist jetzt ganz wichtig, dass das Becken immer ruhig bleibt, in dieser Position. Weil wir wollen die Bewegung nicht in der Gesamtwirbelsäule, sondern in der Brustwirbelsäule. Ja. Das heißt, du rollst dich dann mit der Einatmung ein bisschen genau nach hinten. Und sobald du merkst, dass du in ein Hohlkreuz gehst, warst du zu weit. Ich möchte also die Bewegung in der Brustwirbelsäule haben. Am meisten, am allermeisten. Ja. So ein bisschen in der Halswirbelsäule, aber gar nicht in der Lendenwirbelsäule. Das heißt, in dem Moment, wo ihr euch über die Rolle drüber rollt, zieht das Steißbein so ein bisschen nach oben zur Decke. Das tut es natürlich nicht wirklich, aber das ist so die Idee, mit der ihr euer Becken besser fixieren könnt. Ja. Wie weit ihr runter geht, das merkt ihr selber. Was tut euch gut. Ihr könnt auch die Rolle ein bisschen umpositionieren. Rutscht mal ein bisschen weiter nach oben. Richtig. Genau. Ja. Dann werdet ihr merken, oh, die Bewegung wird extremer. Die wird mehr. Das ist vielleicht auch etwas schwieriger, das Becken stabil zu halten. Wenn ihr sagt, das ist mir zu viel, dann rutscht ich wieder ein bisschen weiter runter. Ja. Dabei wird die Bewegung etwas verkleinert. Ja. So könnt ihr im Prinzip mal so ein paar Positionen abarbeiten. Wenn ihr euch mit dem Kopf nicht ganz sicher seid, haltet ihn gut fest. Das ist immer wichtig. Könnt ihr euch auch ein Kissen dahin legen, so aus Sicherheitsgründen, dass ihr das Gefühl habt, auch wenn ich das Kissen erreiche, dann fühle ich mich gut. Genau. Das Kissen zieht immer so ein bisschen Richtung Kehlkopf, ja, dass die Halswirbelsäule schnell lang ist. Und noch einmal mehr. Und es tut einfach extrem gut, ja. Der Bauch hält seine Spannung, das Becken bleibt stabil. Jetzt bleibt der Blick über den Knien und du hebst deinen Necken so ein bisschen in die Luft. Genau. Und roll es einfach mal, gleich hier um, und roll einfach mal so über deine Brustwirbelsäule, ja. Da, wo die Rippen zu Ende sind, da endet auch die Bewegung. Und ihr könnt mal gucken, ob ihr bis zwischen die Schulterblätter rollen könnt, ja. Und immer nur maximal bis zu den untersten Rippen. Genau. Jetzt kann es sein, dass ihr feststellt, auch auf der rechten Seite ist es irgendwie anders, ein bisschen ungemütlicher als auf der linken. Dann könntet ihr das Gewicht ein bisschen mehr auf die einen Seite verlagern, ja, ausprobieren. Die Rolle wird immer so ein bisschen wegrutschen. Das heißt, ihr habt das Gefühl, ihr müsst hinterher. Das macht ihr aber nicht. Dann geht ihr mit den Füßen einfach hinterher. Hierbei ist enorm entscheidend, dass ihr atmet, ja. Also, weiter atmen. Und es kann auch immer mal sein, dass es mal so ein bisschen knupselt oder knackt, ja. Und dann ist auch vielleicht da so eine kleine Blockade nervös, so ein kleines Facettengelenk, was vielleicht ein bisschen verrutscht ist, sitzt wieder richtig. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jawohl. Und dann kommst du einfach runter mit dem Becken, streckst die Beine aus und riechst die Beine Rolle einmal kurz unter die Halswirbelsäule und fixierst mit den Händen entweder aus an der Rolle. Das finde ich immer ganz entspannt, ja, entspannt. Wenn ihr sagt, das ist mir zu viel in meiner Schulter oder ihr hattet gerade Schulterschwierigkeiten oder eine OP oder irgendwas. Wenn ihr sagt, das geht noch gar nicht, dann könnt ihr die Hände auch hier hingegen. Und wenn ihr sagt, das ist mir immer zu viel Licht, die Arme einfach so hin, wie es euch möglich ist, ja. Du wählst deine Position. Wichtig hierbei, dass die Rolle relativ nah an den Schulter dran liegt. Und dann rollst du einfach mal mit dem Kopf wieder in diesem Dankwalzentempo, also schön langsam nach rechts und nach links. Und dabei würde ich auch immer die Augen schließen, Anastasia, genau, dass du wirklich mal nur deine Nackenmuskulatur bearbeitest und diese Verbindung zwischen Blick und Nackenmuskulatur mal komplett auflöst. Ja, genau. Und einfach den Kopf komplett an die Rolle abgeben. So ein Kopf wiegt zwischen 4 bis 6 Kilo, also wie so eine Rollenkugel, das ist eine ganze Menge, ja. Und wir wollen ohne Anstrengung, ohne großartige Anstrengung einfach mal die Rotation in der Halswirbelsäule testen und eventuell die Muskulatur, die vielleicht ein bisschen fest ist, entspannen. Gut. Genau. Das mache ich meistens am Ende der Stunde, ja, dass man danach schön entspannt nach dieser tollen Schrecken in der Brustwirbelsäule und der Lockung der Halswirbelsäule entspannt. Nach Hause, Kinder. Genau. Du gehst noch nicht nach Hause, lässt den Kopf in der Mitte, ja. Und stellst dir jetzt vor, dass du mit dem Kinn so ein bisschen Richtung Kehlkopf ziehen möchtest. Nur in diese Richtung, dann wieder zurück in die Stahlposition. Also wir wollen nicht überstecken, sondern wir wollen jetzt im Prinzip mal hinten die Halswirbelsäule, die ganzen Faseckengelenke, diese kleinen Gelenke mal öffnen und wieder schließen. Dabei ist wichtig, dass die Schultern locker liegen bleiben, ja. Sie müssen nicht auf Doppelkommen raus mit dem Kinn das Brustbein berühren, darum geht es gar nicht. Ja, das Kind will nach unten sinken Richtung Brustbein und vielleicht sogar Richtung Rolle mit dem Kinn. Ja, genau. Merkst du den Unterschied? Ja. So ein bisschen nach unten mit dem Kinn, aber eigentlich Richtung Rolle. Genau. Dann entsteht so ein ganz klein bisschen Druck. Das macht doch eigentlich. Das ist ganz angenehm. Ist das richtig, Anastasia? Ja. Genau. Das macht ihr einfach so lange, wie ihr wollt. Es kann ja auch sein, dass ihr mal Tage habt und ihr sagt, ich will heute gar nicht so eine ganze Stunde, ich möchte einfach mal so schöne Sachen, entspannte Sachen für mich machen, ja. Dann werden die letzten Minuten, die wir jetzt gemacht haben, genau das Richtige für euch. Genau. Letztes Mal. Und dann Richtung Rolle. Und dann wieder zurück. Ja, jetzt rollst du die Rolle einfach mal hinter dir weg oder ich muss ihn erwecken. Du guckst mal, wie der Kopf aufliegt. Du guckst, wie die Arme, wie die Schultern liegen, ja. Und diesen Moment ein bisschen genießen. Ja. Ja, stellst du die Füße auf. Schnappst dir deine hintere Oberschenkel und rollst dich einmal hoch in den Sitz. Genau. Und kommst dann hoch in den Start. Wunderbar. Jetzt haben wir noch einen Punkt im Spiel, ja. Und zwar stellst du mal den rechten Fuß auf die Rolle oben drauf. Wie so eine Decke, ja. Der Fuß ist ganz entspannt, relativ locker. Und jetzt machst du mit dem linken Bein einen Schritt über die Rolle nach vorne und kommst dann wieder zurück. Und dabei ist wichtig, dass der rechte Fuß an der Rolle bleibt, clean bleibt, ja. Dadurch trainieren wir nicht nur das Gleichgewicht, sondern wenn ihr das Sprunggelenk von Anastasia, das rechte Sprunggelenk mal beobachtet, seht ihr, wie viel Bewegung da drin ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das brauchen wir beim Laufen, beim Spazieren gehen, ja. Diese Beweglichkeit und aber auch diese Kraft und dieses Gleichgewicht. Ja, sehr gut. Wenn ihr euch am Anfang nicht traut, ja. Aber es ist doch recht wackelig. Dann könnt ihr euch einfach an eine Wand stellen und euch mit einer Hand absichern, ja. Je öfter ihr das übt, desto sicherer werdet ihr. Letztes Mal. Und danach wechselst du den Fuß. Erstmal schön mit so einer Decke ganz locker den Kontakt aufnehmen zur Rolle und dann macht das rechte Bein ein Stück drüber. Und es kann auch sein, dass ihr merkt, huch, das ist entweder viel wackeliger oder viel stabiler, ja. Und dann wisst ihr, welches Bein ihr mehr trainieren müsst. Hierbei stellt ihr euch vor, dass ihr ein Getränk auf dem Kopf habt, am besten eine Tasse Kaffee, ja. Stabilisiert diese Tasse Kaffee, denn Blick geht möglichst nach vorne. Wenn ihr euch sicherer fühlt, indem ihr nach unten schaut, ist das auch okay. Ja. Genau, letztes Mal. Super, einmal kurz runter. Genau. Dann könnt ihr die Beine auch noch ein bisschen ausschütteln. Und ganz am Ende gehen wir mit beiden Füßen drauf, ja. Und guckt mal, ob ihr das Gleichgewicht findet. Wenn ihr euch nicht traut, haltet euch an einer Wand fest oder holt euch euren Partner, der soll sich mal kurz hinstellen und ihr könnt euch an der Schulter festhalten. Und je länger ihr steht, umso sicherer werdet ihr, weil ihr immer ein bisschen tiefer in die Rolle hinein sinkt. Hierbei ist es aber gar nicht wichtig, dass die Rolle ganz ruhig bleibt, sondern dass ihr immer so ein bisschen in Bewegung bleibt. Was gut ist für eure Waden, für eure Schimmer in der Natur, für euer oberes Sprunggelenk, für die Fußfaszie, dass die ein bisschen gelockert wird, ja. Das werdet ihr merken, wenn ihr danach runter geht, dann sind die Füße wie auf Wolken, stehen wie auf Wolken. Genau. Sehr schön. Ja, dann kommst du langsam wieder runter und sind die Füße wie auf Wolken? Ja. Ja, natürlich. Wunderbar, ja. So, das war eine kleine Einheit mit der Rolle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Und wie gesagt, wenn ihr nur entspannen möchtet, könnt ihr so die letzten Minuten nehmen. Wenn ihr das ganze Programm mitmacht, werdet ihr merken, dass wir ein schönes Ganzkörper-Workout gemacht haben. Wir haben in jeder Ebene bewegt die Irbelsäulen. Wir haben sie gebeugt, gestreckt, wir haben sie gedreht, ja. Und wir haben eine Seitwärtsneigung gemacht. Und ihr werdet einfach sehen, dass je öfter ihr das übt, umso besser wird es euch dabei geben. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis bald. Eure Annette. Und euer Stacia. Tschüss. Tschüss. coi mal heute Abend. наш